Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum vierten Band der The Four Horsemen Reihe von Laura Tellessa, Death. Das Cover gefällt mir. Ich hätte gesagt, es gefällt mir am besten, aber mir gefällt tatsächlich Teil 1 am besten. Das Buch selber wurde in diesem Fall ebenfalls von Amazon gedruckt, deswegen ist es so furchtbar hässlich. Ich habe das Ganze aber auch nochmal bei Thalia bestellt. Das ist tatsächlich das dickste Buch der Reihe und der abschließende Band. Es geht natürlich um Thanatos bzw. den Tod als Protagonisten und vierten der apokalyptischen Reiter bzw. der vier Brüder, wie die hier dargestellt werden. Er begegnet natürlich ebenfalls der für ihn bestimmten Dame und zwar Lazarus. Komischer Name für eine Frau, finde ich. Auf jeden Fall Lazarus hat eine besondere Fähigkeit, denn sie kann nicht sterben. Und dafür ist sie für ihn natürlich die perfekte Partie. Und es beginnt eine Jagd quer durch Amerika, also quer durch die USA, während der Lazarus den Tod jagt und versucht immer wieder ihn aufzuhalten, indem sie ihn selber umbringt. Aber er bleibt natürlich nicht tot. Und während dieser Jagd entwickelt sie oder er auch eine seltsame Anziehungskraft zwischen den beiden. Also die fühlen sich sehr zueinander hingezogen und am Ende läuft es natürlich darauf hinaus, dass Lazarus den Tod aufhalten will, weil sie natürlich nicht möchte, dass die ganze Menschheit ausgerottet wird. Und er aber der letzte, der Reiter ist, der tatsächlich noch an seinem Job festhält und das auch weiter nachverfolgen möchte und sagt, ich bin der Tod, ich gehöre zum Leben dazu und ich tue euch allen einen Gefallen, wenn ich euch umbringe. Und Lazarus findet das halt gar nicht so. Und erst als sie in einer toten Stadt einen Säugling findet, beschließt sie, dass das Leben so nicht weitergehen kann und sie flieht tatsächlich vor dem Tod. Der hat aber längst einen Narren an ihr gefressen und verfolgt sie, bis sie auf seine Brüder trifft. Und die haben eine Aufgabe für sie. Sie soll den Tod verführen und ihn davon abhalten, seiner Aufgabe nachzukommen. Ob sie das schafft oder nicht, verrate ich euch natürlich nicht. Aber ich sage euch, wie es mir gefallen hat. Ich fand das Buch jetzt tatsächlich nicht so gut. Ich habe mich eigentlich super darauf gefreut, weil der Tod oder jegliche Inkarnation davon immer mein liebster Charakter ist. Oder jeder der Höllenfürst oder keine Ahnung, ich finde die immer am besten. Deswegen habe ich mich richtig krass darauf gefreut. Und dann war es voll die Enttäuschung. Ich habe das Buch gegen Ende hin nur noch überflogen, weil es irgendwie so super langweilig war. Diese ganze erste Episode, wo die einander so ein bisschen jagen, fand ich ziemlich spannend. Das war aber auch sehr schnell lebig geschrieben. Also es war wirklich jetzt nicht so, dass sich das total lange zieht. Dann aber alles zieht sich unendlich lang. Und es ist halt wirklich bis zum Ende hin, dass Thanatos sich überhaupt nicht davon beeindrucken lässt, wie die Menschheit so ist. Und er sagt halt immer, nee, ich bin so pflichttreu, pflichtgetreu und sowas. Aber ich bin nicht wie meine Brüder und keine Ahnung. Und die anderen Reiter versuchen halt, ihn aufzuhalten. Und ich weiß nicht, ich fand das alles irgendwie nicht, war nicht so mein Ding, keine Ahnung. Irgendwie hat es mir nicht gefallen. Es konnte mich gar nicht catchen. Und die Handlungen waren halt wirklich teils gar nicht nachvollziehbar. Es war ein bisschen meh. Es ist als Abschluss einer Reihe trotzdem okay, würde ich sagen, ja. Es hat auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Ende. Eins, was auch ein bisschen traurig ist. Aber man hat das Gefühl, okay, jetzt ist es auch wirklich abgeschlossen. Es ist ein würdiges Ende. Ich fand halt einfach nur so das davor. Und so, das war einfach nicht so mein Fall irgendwie. Es hat sich so wahnsinnig lang gezogen und war dann auch nicht mehr spannend und hat mir einfach nicht gefallen. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Empfehlen würde ich die Reihe für jemanden, der gerade ein bisschen abschalten möchte, der vielleicht mal so eine Reihe haben will, wo die Bücher auch unabhängig voneinander gelesen werden können. Natürlich versteht man das besser, wenn man die anderen kennt. Und Teil 4 sollte man definitiv erst dann lesen, wenn man die anderen schon gelesen hat, weil es sonst wirklich wenig Sinn ergibt. Aber an sich kann man halt einfach einen Teil lesen und dann liest man fünf andere Bücher und dann liest man den nächsten Teil. So meine ich das. Und dafür ist es wirklich eine sehr, sehr gut geeignete Reihe. Es ist definitiv was zum Abschalten, was zum Entspannen. Und es ist nicht allzu fordernd irgendwie. Also es ist wirklich ziemlich entspannt, das Ganze. Ja, wer hier irgendwie krasse Fantasy erwartet, der wird enttäuscht werden. Deswegen würde ich das dann dementsprechend nicht empfehlen. Damit beende ich dann auch die Horseman-Reihe von Laura Tellessa. Ich habe aber noch ein paar andere Bücher von ihr, die ich euch auch noch irgendwann mal vorstellen werde, wenn ich sie gelesen habe, vielleicht nach meinem Urlaub. Mal gucken. Auf jeden Fall findet ihr den Link zum Buch wie immer unten in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar oder Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch beides. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und das nächste Video nicht zu verpassen. und ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.